Das war's! Sie flüchten! Geschafft! Geschafft! Sorry, dass wir so spät gekommen sind. Ich muss meine Männer sammeln. Ich glaube, ich habe Ihren Trupp im Anwesen gesehen. Die Toten. Sie sollen hier nicht begraben werden. Ich will sie nach Hause bringen. Das haben Sie sich mindestens verbindet. Kommander Jakovic, alles in Ordnung? Bald bin ich zu Hause. Sie werden aufgeben. Die Deutschen? Wohl kaum. Nicht solange Sie noch einen Weg sehen. Und er wäre... Chambois. Ein Dreißiger in die Position da. Huxley, suchen Sie mir Sandsäcke. Von Major Holden. Die Polen und Kanadier haben den Hügel eingenommen. Die Deutschen ziehen sich zurück. Zu uns rüber? Jeder einzelne Verdammte von ihnen. Wir brauchen mehr Munition. Munition! Wir brauchen Munition! Weiß Munition! Auf und an das Licht der Seite! Na los, gehen wir! In dem Haus, da ist ein Kaliber 30. Durchhalten! Unterstatzen wir uns unterwehen! Sie können noch mehr von denen! Sie geben die Person aus! Jemand an das Kaliber 30! Das Kaliber 30 in dem Haustag braucht man schützen! Durchhalten! Unterstützung ist unter mir! In der Mode! In Deckung! Durchhalten! Unter hinterseiten unterwegs! Wir gehen die Person aus! Halt! 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 Sie kaufen Euer Panzer! Sorge und Kompferabfahrer! Lutz! Deutcher! Sorge! Drucke! Grünstein den Sandzeug! Wir gehen vor dem Magazin! Du halt! Bist du die Sandze! Bist du die Sandze! Gute! Los geht! Aus hier! Gleich kommt es der Schatz ab! Hier! Gleich kommt es der Schatz ab! Aus hier! Aus hier! Bewegung! Haltet euch! Kacken! Kommt zurück! Position ein! Aus hier! Bewegung! Wohnt ihr euch! Bleibt los! Kommt ihr wieder auf! Zurückziehen! Zieht euch zum Sammelpunkt zurück! Aus hier! Bewegung! Kacken! Ente ein Kommt, der ist unser Dabs zu Sansek! Aus hier! Wann ist das ein Sank? Aus hier! Kacken! Kacken! Aus hier! Befehl, im Rücken! Stellung halten! Haltet durch, bis Hassli zurück geht! Rennen so weit, Kurbel! Die Governor, wir sind da! Beine Leiben! Haltet durch, bis Hassli zurück geht! Deckung! In Deckung! In die Kirche! Schnellbewegung! Du sollst die Verluchtung der Stützung! Gleich fließt eine Granate! Ich bin leer geschossen! Hinter die Sandsäcke! Ich habe einen, ich habe einen! Ich werde die Sekundarische Deckung benutzen! Hilfe! Er wurde getroffen! Wir gehen die Patronen aus! Weiter vorne! Mir nach! Bei mir bleiben! In Deckung gehen! Leerung! Keine Zeit verschwenden! In Deckung! Wir folgen! Hinter den Salzsäcken den Schutz! Schnell! Ruhe auf Boden! Bei den Sandsäcken! In Deckung! Bei mir bleiben! Los jetzt oder sie sind tot! Raute Luftunterstützung! Jetzt! Position mit einer Rauchgranate markiert! Bleib bei mir, Kurbel! Amerikaner! Was wollen wir? Er ist das letzte Mal England! Ihr Kerl hat recht! Ruhe! Passiert das noch mal, wenn ich nie wieder Luftunterstützung suche! Nein! Nein, alles wird gut! Ganz ruhig, ja? Das ist unser Ticket hier raus! Wir brauchen uns zuvor! Wir brauchen zuvor! Ich bin der geschossen! Leere! Wir brauchen zuvor! Wir brauchen zuvor! In Südwesten! Hallo Deutsche! Ucht naht! Ich bin leer geschossen! Du kommst nur im Tag nach Hause! Hier geht die Patronen auf! Erf uns! Auf jetzt! Hinterzettungsschutz! Schnell! Achtung! Das Granate! Wir haben die letzte neue Planeten! Zurückfahrt! Achtung! Der Korinente! Halt runter! Kass uns auf! Die Schmierkunde! Halt runter! Die Deutschen machen einen Ausfall! Beide Osten! Vorwärts! Das ist die Wegelgruppe. Wir brauchen die Stärkung auf der anderen Seite der Stadt. Ihr habt mein Gehirn! Bewegung! Bewegung! Gagdabode! Raus! Bewegung! Bewegung! Gagdabode! Raus! Bewegung! Die Sandsäcke da als Deckung benutzen! Los! Reicht ihnen ein! Ich bin leer geschossen! Alles klar! Dann mal los! Die Sandsäcke machen einen Ausfall! Südosten! Wir brauchen weitere Luftunterstützung! Ich wiederhole! Panzer nähern sich unserer Position! Wir brauchen Luftunterstützung! Verdammt! Das Funkgerät ist hin! Gehen wir in Signallichter? So ein Blank schwingt die Zielwand! Sie werden vieler weit getötet! Sein Eskanzler war heute schon! Wir brauchen die Ziele! Schwingen die Karage hier zurück! Wir brauchen einen schnellen Mann! Wir markieren die Ziele! Guso ist da draußen in Gefahr! Das MG da wird Kuzo durchsieben! Kuzo, Deckung geben! Die Flieger machen alles in der Nähe der Leuchtsignale platt! Das MG da wird Kuzo durchsieben! Wir müssen dieses MG ausschalten, bevor es Kuzo tötet! Kuzo ist da draußen in Gefahr! Das MG da wird Kuzo durchsieben! Komm sofort zurück, Idiot! Sie haben Kuzo getroffen! Kuzo liegt direkt neben einem Signallicht! Wir müssen ihn da wegholen, bevor die Flieger kommen! Mir nach! Na los, Knickel! Los, Knickel! Der mag ein Blattmann sein! Hat er gehört zu uns? Na los, Knickel! Zurückziehen! Zieht euch zum Sammelpunkt zurück! Sanitäter! Sanitäter! Dixon wurde getroffen! Dixon hat's erwischt! Wo zum Teufel ist der verdammte Sanitäter? Der Sanitäter ist tot! Scheiße! Krepieren Sie nicht! Na los, Dix! Es ist nicht Dix! Bring mir jemand einen Verband für mein Bein! Wer hat hier das Kommando? Was brauchen Sie denn, Private? Die Deutschen ziehen sich zurück! Ihr Trupp wird auf der anderen Seite der Stadt benötigt, um sie zu vertreiben! Sie bleiben bei uns! Wir können Feuerkraft gebrauchen! Ihr andere nehmt Munition mit! Lasst eure Ausrüstung hier! Nur die Waffen und so viele Patronen wie möglich! Raus hier! Bewegung! So sieht es aus! Wir schalten diesen Panzer aus! Die Besucher rauf frontal vor! Der Druck passiert von rechts! Nichts! Sie gehen vor! Lade nach! Los, los, los! Was ist los? Kennst du das nicht? Achtung! Vorsicht! Scheiße! Ich muss nachladen! Rücken bei den Sand zeckeln! Ich habe einen! Ich habe einen! Zum Teufel! Ich muss nachladen! Bewegung! Keine Zeit beschwendet! Was ist das Problem? Ist es neu für Sie, dass der Feind zurück schießt? Männer! Achtung! Werfen Granate! Lea! Gerade nach! Nordosten! Lea! Gerade nach! Nachladen! Nachladen! Weiterfeuern! Männer! In Deckung! Hinter den Sandsäcken! Die Deutschen machen einen Ausfall! Licht um Osten! Ja, bei mir bein! Hinter die Sandsäcke! Los, los, los! Die Deutschen versuchen unsere Jungs zu flankieren! Los! Bewegung! Mann am Boden! Nie nach! Lade nach! Wir sind einem Sarg nach Hause! Einer weniger! Bei mir bleiben! An der Tür! Wir folgen! Wir folgen! Wir folgen! Nimm die Sandsäcke aus! Der Korb! Los, los, los! Deutsche auf dem freien Feld! Im Nordosten! Da halte das vom Teufel! Ich muss nachladen! Seit dem Maiden auszusetzen! Er braucht Hilfe! Wir wurden in Nordosten! Feind in Reime! Herr! Deutsche auf dem freien Feld! Feind auf Boden! In Deckung versandt! Hilfe! Wir folgen! Und bleib unten, Deutscher Basta! Eine ganze Wehe! Ich stehe dahinten! In Nordosten! Hinter dieser Sandsäcke mit ihren Hinter! Hinter hinter dieser Sandsäcke! Achtung! Wachen wir uns! Und bleib unten, Deutscher Basta! Und deutsche Truppe! Formiert euch mit dem anderen Trupp! Und bleib unten, Deutscher Basta! Hinter die Sandsäcke! Zeit zu verschwinden! Vorwärts! Alles klar! Dann war los! Alles groß! Kannst du das mir gehen, die zurückholen an? Lade nach! Zeit davon! Nur im Dagen, das soll ich sein! Hier ist Deku! Alter, da vorne los! Richtig auf! Ja! No! Die werden von den Leifenswerden trotzen! Auf in den Krieg! Die Wehren! Wiederum! Die Wehren haben uns festgenahmt! Höhlen wir fertig! Achtung! Wir feiern die Genade! Wir feiern die Wehren! Weiter feuern! Ja! Achtung! Ab ihn erwischt! Feindliche Truppen! Da drüben, bei diesem Auto! Mitkommen! Verwirkung! Ab ihn erwischt! Zeigst du verschwinden! Voller! Lea! Lade noch! In den Ton! Lade im Auto! Lea! 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 Wir haben uns festgenagelt! Wir nah! Händliche Granate! Da sollte das her! Lade nah! Steuze auf offnem Feld! Auf! Lade nah! Stapeln sie wie Brenner als Jungs! Deco geht! Deco! Feindliche Truppen! Neben den Kisten! Ach so, ich lache! Alles klar! Geh los! Los, los, los! Zu Deckung! Halten Sie gleich! Fliegt eine Granate! Eine Granate! Er ist erwischt! Herzlichen Glückwunsch! Zudem! Gute Arbeit! Die Deutschen machen einen letzten Torstoß im Osten der Stadt! Tun wir so, als hätten wir eine Aufgabe! Eine Granate! Komm sofort! Okay! Bewegtung! Keine Zeit! Beschwenden! Ich hab einen! Ich hab einen! Steckung bei diesem Auto da! Mir nach! Geh! Geh! Die Deutschen machen einen Auffall! Mir nach! Norden! Norden! Was ist los? Geh zu der Schiebe! Mit Feuer! Reifen Sie sie zurück! In Deckung gehen! Los! Wir nach! Verweigung! Schau! Offen am Feld! Norden! Steigen! Vorher! Ja! Ja! Geh! 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 Die therapies! Geh! Die Granate! Die werden Sie kommen! Geh! Los! 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 In Deckung! Feindliche Truppen verlassen die Deckung! Viel rechtlich verloren! Wir gehen die Patronen aus! Woben beide in ganz gleichrüft! Deutsche! Geh! Vorher! Sie kommen! Los! Später muss uns noch weglaufen! Na los, gehen wir! Los! Los geht's! Los! Ich zieh rein! Die geheimen Armut! Eure Arme ist soweitlich! Los! Die Deutschen sind gegen irgendetwas süden! Unsere Jungs sind in dicht auf den Fersen! Los geht's! Alles klar, wir haben keine Lust! Händen ab! Werden Chancen, lagen da! Schrecken Sie die Bastarde zu einem Abboten! Wir sind in der Bogen überholen! 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 Wir sind in der Bogen überholet! Wir sind in der Bogen überholen! Wir werden Verzweifeln! Wir werden verholen! Lagen denn ض滑! Wir den Dogen überholen! Seien ist betontlich, רoret! Oderen Sie'n runterladen! Feindliche Truppe verlegt sich im Punkt! Auf beide Seite! Sie ziehen Leine! Deutschland aus der Be leukand! Wir sind so! Seien wir wieder! Wir da! Raub uns dein Leben, solcher Basta! Ja! Klapp noch! Sie haben uns festgenagelt! Alles klar! Anlaufen! Deutsche! Na, den Feld! Die werden von den Deutschen schwer beschossen! Na los! Klapp! Klapp noch! Klapp noch! Oder was ist denn? Klapp! Klapp noch! Klapp! Alles klar! Klapp noch! Klapp noch! Oh! Erdbeckungsverdammt! Wir schaffen das! Seien wir wieder! Klapp noch! Oh! Oh! Ah! Das war's für heute. Halt! Hey, Deutsche! Halt her! Jungs, die das hat! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kanadische und amerikanische Verstärkungen trafen ein, um den Kessel von Valais zu sichern und jede Fluchtroute der Deutschen zu schließen. Vier Tage später befreiten alliierte Truppen Paris und beendeten die Schlacht in der Normandie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018